Ja, hallo Leute, heute ein kleines Unboxing-Video zu der Blu-Ray The Lost Boys. Ist ja auch ein echter 80er Jahre Klassiker. Ja, und hier haben wir also die Blu-Ray. Sieht man auch schon mit einigen bekannten Darstellern hier in rot gehalten. Sehr schön ist, dass vorne eben kein FSK-Logo drauf ist. Dieses ist nämlich hier auf der Rückseite, FSK 16, dann hier Kiefer Sazalander als Vampir. Dann sind hier die Special Features aufgeführt und das ist bei dieser Blu-Ray gar nicht mal so wenig. Audio-Kommentar, eine Dokumentation, die nochmal zurückblickt auf den Film. Ja, und noch einige andere Specials. Ja, ansonsten eigentlich alles sehr Standard. Hier die Blu-Ray. Hier sieht man übrigens nochmal die internationalen Freigaben. 16, 15 und 18. Das fällt also relativ unterschiedlich aus. Ist eigentlich ganz lustig. Ansonsten ist aber auch nichts weiter dabei. Hier ist noch so ein kleiner Werbe-Flyer für andere Blu-Rays mit dabei. Das war es auch im Grunde schon. Das Unboxing-Video zur Blu-Ray The Lost Boys. Das war die Blu-Ray. Ich hatte nichts, dann war es. Sonsten die gar nicht in der momentum Zeit können. Okay, Koh critter es roh mit so vielfältigt. Du birthst. Loh? otive. Vielen Dank.